Du musst das Spiel gewinnen. Und dann zum Vorbericht zum Spiel gegen den VfL. Bochum, wir gehen jetzt so ein bisschen Themen durch, über die ich sprechen will. Vor dem Spiel gegen Bochum fangen wir an mit Hoffnungsschimmer Thiago Thomas. Ja, zwei Tore beim Startelf-Debüt in Leverkusen und das macht einfach Hoffnung auf mehr. Ist einfach so. Eiskalt vor der Hütte gewesen. Wir hatten ein bisschen Angst vor der Abschlussschwäche, die hat sie noch nicht bewahrheitet bisher. Ist auch in jeglicher Elf des Spieltags drin. Wir haben da den Kicker, die Sportschau, beide sauen überall mit drin. Also, der Mann hat dazu noch, hat ein Interview gegeben, hat eine Presserunde gegeben, hat Bock auf unseren Verein. Auch schon, als er gekommen ist, ist es eine Ehre für ihn hier zu spielen. Haut sich voll rein, hat er auch schon gesagt. Und auch laut ihm, sein Zitat, wir steigen nicht ab. Der VfB trifft wieder, aber pennt. Ja, wir gehen die Spiele mal durch, letzten beiden. Da wurde es wieder auffällig, ne? Frankfurt. 1-1 geschossen in der 42. Minute. 1-2 kam in der 47. nach der Halbzeit. 2-2 in der 70. geschossen und dann, sieben Minuten später, der Ende stand, 2-3 durch Frankfurt. Auch in Leverkusen haben wir es auch gehabt. 1-2 in der 49. selber gemacht. Kurz nach der Halbzeit, drei Minuten später, 2-1 Leverkusen. Dann auch 3-2 in der 88. markiert, Thiago Tomasch. Und auch wieder da, eine Minute später, das 4-2 kassiert. Also, ja, das funktioniert halt nicht, ne? Du musst halt wach bleiben, wenn du selber getroffen hast, weil so reißt man sich alles mit dem eigenen Arsch wieder ein, was man sich tatsächlich mal wieder durch Tore aufgebaut hat. Die Karte Karasor wieder ziehen. Der war ja irgendwie in letzter Zeit, aus irgendwelchen Gründen, war er ewig außen vor. Jetzt kam er wieder. Stand auch bei all unseren vier Siegen auf dem Platz. Gut, gegen Fürth waren es nur 9 Minuten, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber wegen Hoffenheim, Mainz und Wolfsburg waren es die vollen 90 Minuten. Und ja, der Kollege, der stabilisiert einfach, ne? Hilft auch gerade im Spiel von Endo und Mangala vor ihm quasi in der Reihe, hilft er immens. Problem ist nur, dass eben, wenn du ihn bringst, dann musst du mehr oder minder den Offensivspieler wieder rauslassen aus der Startelf. Das ist so ein bisschen das Problem, was das angeht. Spielt doch endlich auch mal so gegen direkte Konkurrenten. Und man kann es nicht anders formulieren. Wir kennen es vom VfB historisch eh schon. Diese Saison ist das Spiel wieder genau das Gleiche, ne? Gegen Topklubs der Liga, wir haben es oft angesprochen, Dortmund, Leipzig, jetzt auch Leverkusen. Da war es auch dieser Klassiker, ne? Gut gespielt, gut mitgehalten, aber halt nicht gepunktet. Aber so ein bisschen, ja, Schritt in die richtige Richtung, das macht Hoffnung auf mehr. Und dann zeigt man es halt wieder nicht in diesen direkten Partien gegen direkte Abstiegsmitkandidaten und direkte Konkurrenzen. In diesen Abstiegsduellen, du zeigst es da halt nicht. Das sind ganz, ganz andere Auftritte. Meist macht mir ein bisschen Angst für Samstag. Ich hoffe mal, dass ich diese Serie oder dieses Gefühl da mal nicht bestätigen. Und sie gegen Bochum auch eine Leistung zeigen, wie gegen Leverkusen zum Beispiel. Es hört einfach nicht auf. Und es ist und bleibt einfach eine Geschichte von dieser Saison. Corona-Verletzungen und so weiter, die prägen unsere Saison und eben auch in erster Linie natürlich unsere Leistungen. Den Kader, der auf dem Platz stehen kann und Leistungen bringen kann. Auch jetzt wieder, auch noch vor dem Leverkusen-Spiel hatten wir ein paar Fälle. Man muss, Corona kam die Meldung. Karlajic auf der PK hieß es auf einmal auch verletzt. Anton, Corona war da schon einen Ticken länger klar. Nun ist Karlajic unklar fürs Spiel. Kann erst heute, also erst einen Tag vom Spiel heute, erst am Freitag ins Mannschaftstraining einsteigen. Mal gucken, ob der wirklich, also Startelf würde ich da fast nicht tippen. Mamouche, Antoine sind zurück. Das sind wieder Kandidaten absolut für die Startelf. Dafür auch wieder neue Corona-Fälle. Drei Stück, die zumindest für die Startelf nicht so immens wichtig sind. Aber trotzdem scheiße. Koulibaly, Didavi und Melo. Das kannst du halt langsam einfach keinem mehr erzählen. Was macht die Konkurrenz? Am Beispiel von Kreuter Fürth sieht man Sirafens. Selbst die bekommen es hin. Jetzt ohne Disrespect. Kreuter Fürth war gefühlt von Beginn an der Saison schon abgestiegen. Nach dem Saisonstart waren sie gefühlt schon abgestiegen für jeden. Platz 18 war schon durch für jeden. Jetzt kommen die langsam ran. Seit diesem 7 zu 1, die Packung, die sich geholt hat mit Leverkusen. Letzte acht Spiele danach. Drei Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Das ist halt eine richtig ordentliche Serie. Für Kreuter Fürth-Verhältnisse vor allem. Und die kommen so halt ran. Ich meine, es hilft dir nichts, wenn sie uns überholen und als 17 da absteigen. Aber die sind nur noch fünf Punkte hinter uns. 13 Punkte Fürth, wir 18 Punkte. Das ist halt einfach wild. Wenn du nach vorne guckst und da, wo wir hinwollen, also direkter Klassenverbleib. Augsburg vier Punkte vor uns auf Platz 16. Bielefeld auch vier Punkte vor uns auf Platz 15. Und die Hertha fünf Punkte vor uns auf Platz 14. Da muss man überall gucken, weil wir halt bis auf Fürth natürlich in den meisten Duellen auch gegen Augsburg, Bielefeld und Hertha, glaube ich, überall schlechtere Torverhältnisse haben, wenn ich es gerade nicht im Kopf habe. Da sind halt manchmal nicht vier, sondern fünf Punkte, so gesehen, wenn man es mit einrechnet. Aber ja, es sind halt gefühlt gleich viele Punkte auf Fürth wie auf, was heißt gefühlt? Es sind gleich viele Punkte auf Kräuter Fürth mittlerweile wie auf den ersten direkten Nicht-Abstiegsplatz, aufs rettende Ufer. Du musst das Spiel gewinnen, egal wie. Hier braucht es halt wirklich keine richtig krass Analyse. Da bin ich nicht der Beste drin, gebe ich selber zu. Irgendwie taktisch oder sowas. Aber auch keine große Prognose braucht es hier oder whatever. Es braucht es hier einfach nicht. Es ist Endspiel Nummer eins und du musst dieses Dreckspiel morgen gewinnen. Das ist scheißegal wie. Das ist scheißegal mit wie vielen Chancen, wie Bochum spielt, ob es verdient ist, ob es nicht verdient ist. Kackegeal, wir müssen das Spiel gewinnen. Und für mich spielt es auch keine Rolle. Klar, das war heftig letzte Woche. Bochum klatscht die Bahn weg mit 4 zu 2 zu Hause. Also Respekt, geile Nummer. Aber hat für mich keinen großen Einfluss aufs Spiel. Man kann die Statistik wieder reinholen. Mag ich ja gar nicht die Statistiken. Dass alle Bayern-Besieger, also in der Bundesliga, diese Saison bisher, drei Stück waren es, ja, dann auch nicht so performt haben. Frankfurt hat die Bayern geschlagen, danach gegen die Hertha verloren. Augsburg hat sie geschlagen, danach gegen die Hertha unentschieden. Und Gladbach haben die Bayern geschlagen, danach haben sie gegen Leverkusen verloren. Bald wird es Stadion wieder voll. Ja, wir beenden es ein bisschen auf mit positiverer Stimmung, mit positiveren Ausblicken, sage ich mal. Es gab neuen Beschlüsse, neue Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels, Bund-Länder-Treffens am Mittwoch. Da heißt, ab dem 20. März soll es wieder eine Vollauslastung geben. Also 60.000 dürfen wir uns wieder rein. Das erste Spiel da wäre gegen Augsburg an einem Samstag, das ist halt der 19. Dritte. Gehen wir davon aus, dass die nicht rumkacken werden und wir auch da schon 60.000 Karten verkaufen dürfen. Auch jetzt dürfen wir schon 25.000 Karten verkaufen. Dürfen morgen schon rein, 25.000 maximal. So ist dann, wie gesagt, auch bis zum 20. geplant, dass dann bis dahin 25.000 rein dürfen. Dann geht es auf Vollauslastung. Bisher sind wohl so 16.500 Karten verkauft. Das ist der Stand von der Pressekonferenz heute Morgen um 11 Uhr, Freitag früh um 11 Uhr. Also wer Bock hat, ist es noch was da? Rein dafür morgen, weil wir Fans können natürlich nochmal krass wichtig werden im Abstiegskampf. Und damit gehen wir morgen rein in dieses Endspiel Nummer 1 gegen Bochum. Wird extrem, extrem wichtig beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal.